So. Ist doch wunderschön. Mhm. Jetzt sind wir wieder hier oben auffallen rein. Mhm. Warten wir wieder hier. Bis zum ersten Mal können wir anfangen rum zu trakehlen. Hochtakehlen, da haut jetzt die Munition da rein. Ach so, warte mal. ZZ. Durchsuchen. FMJ. Rein damit. Sag, was hast du schönes mit? Okay. Das wird die Munten draußen wollen. Boah. Wo habe ich den Stein hinanlassen? Das hätte ich jetzt gerade geschafft. Hinter der Holzwolle hier. Die Steinwolle. Ja, dort irgendwo. Ich weiß es nicht. Dann schlenke ich noch die Misten da rein. Hm. Auf links. Was ist bloß? Hä? Da schießt draußen. Überm Baum. Bist hier rein? Ja, soll mal reinkommen? Geht gut. Ich bin doch Dehydryer dran. Passiert ja nichts. Das setzt doch noch eine Weile ein. Okay, jetzt muss ich noch zwei mit dem Kopfschuss töten. Ja, ich muss sie sowieso umbringen. Beine habe ich jetzt schon mal weggeschossen. Nö, da war da nicht. 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 Ich bin doch tot. Aufjaben. Ach hier, Debüt. Ich meine, du hast eh schon weniger Zeit und dann musst du noch fünf Minuten hier in der Ecke sitzen. Ja. Dann kannst du eigentlich bloß das machen und dann kannst du raus. Hm. Das ist ja Wahnsinn. Ich guck ja gar nicht. Hm. Kommt. Ich brauche die Fresse. Zusammengerutscht wie so ein Knappspuhl. Haha. Ich wusste gar nicht wie ihm geschieht. Ne, damit haben wir nicht gerechnet. Die Fresse ist schön in die Steine eingerastet. Hahaha. Das rennt ja noch. Ja, der Skiff. Okay, da sind die U6 oder die BMCs weg. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe es abgeschlossen. Survival next. Weg. Okay. Du siehst aus wie ein Bandit. Hast du umgeregt? Ja. Okay. Das war knapp, Alter. Alter. Der war dick. Alter. Ich habe einen Bruch wegen dem. Ich habe einen Bruch. Wegen dem Idioten. Ich habe einen Bruch wegen dem. Mit der Knoche zerschossen wird er hier in den Kingern. Mit der Knoche schießen sich die Knoche ab. Dann wird die Knoche abgeschossen. So, dann kann ich mal gucken, ob ich die scheiß Clips anbringe. Wir haben ja sein Gear. Ja, hier mit der MP5 dann auch noch. Eine AVS, die nehme ich. Die ist aber auch ähnlich. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ich bin jetzt ein Stryker. Ich muss ihn jetzt für einen checken. B ist ich gar nicht mehr. B ist es gar nicht mehr. Und das ist ein Stryker und D. Stryker und D? Nein. jetzt sowasen das explorefenster im vordergrund das war level 47 das war der eine hinter mit der G36 das war der die 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 Man sieht es ja auch nicht. Wie kriegen wir das? Man sieht es ja auch nicht. Ja. 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 Man sieht es ja auch nicht gut. Oh, der atmet schlecht. Das erste Mal hat er noch. Hm. Da ist rein. Da ist rein. Ich dachte auch. Entschuldigung, der hat mir gefallen. Wo rein war. Ich habe gesehen, wie er rückwärts. Er dachte, er ist clever, Junge. Er geht rein. Ich muss mal kurz checken. Munition und den ganzen Scheiß. Er hielt sich für clever. So. Wie viel haben wir jetzt schon? Achievements nicht. Was? Noch nicht einen. Boah. Ey, hör doch auf. Wie weit sind denn 40 Meter? Bitteschön. Gute Farbe. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Hier. Da scheinen wir irgendwie die 40 Meter Grenze nicht zu erreichen. Komischerweise in die Beine habe ich es geschafft schon. Kein Mal. Ich habe doch hier welche umgebracht. Das muss noch 40 Meter gewesen sein. Ja. WasANT ich da Kuss? Ja. Auf die Psycherei trennen. Was für das machen wir noch? Was Scheiße, die haben mich geblendet, die alten Hundesöhne. Ich sehe nichts mehr, Alter. Ich laufe hier einfach irgendwo hin. Nur weg erstmal. Ich bin in die Kuh runtergerannt. So, oben die zwei sind weg am Bahnhof, okay. Da hinten ist noch, ja, am Berg. Da wartet noch. Da, 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 da. Da, 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 da. Da muss aber jetzt in die Fresse gekriegt haben. Ich bin hinter dir. Schießt du auf mich? Oder hast du da einen Stealth da oben? Nö, hinten ist ja das, Geh. Da war dann schuss dort. Ja. Da war's nicht ganz... Ja. Ja, ich hab's. Ich muss mal, wer ab sich bin, ja. Einer muss ja noch mal gerundschlauinen. Da war aber noch einer im Wald, der rein eine Granate geschmissen hat, war ich tot. Hat mich geblendet. So, wir können weiter. Oh, da kriegt noch einer. Okay. Oh, da kriegt noch einer. Okay. So, das wird sowieso. Ich glaub nicht. Mach die sich. Naja, lass uns richtig rausgehen. Ich hab's ja auch Granaten hier. Ja. Weiter links, ja. Ich glaub nicht. Hier innen labern. Nicht so, dass wir keine Granaten haben. Hast du ihn schon gesprengt, weil er sagt nichts mehr. Nee, nee. Oh, ich seh ihn. Hinter dem Felsen ist der ein. Okay. Jetzt hab ich irgendwas abgeschlossen. Wahrscheinlich Kopfschuss oder sowas. Raussprengen. Ja. Ja. Für was? Für Magazin checken. Oder ist das? Na, Alt, ja? Alt T. Alt T. Oder so. Alt T. Nee, das ist auch nicht. Das sagen wir mal. Was? Alt T. Etwa die Hälfte. Okay, jetzt. Ja. Ich hab die unteren, also die blau, die brauchen die. Die weißen brauchen, oder? Ach, scheiße. Wär so schön gewesen. Ja. So, einen muss ich noch... Okay, den hab ich. Okay. Müssten die zwei fest gewesen sein, wir können raus. Easy peasy. Geil. Schönes Ding. So, jetzt. Count Zero. Musst du jetzt noch machen? Mal gucken. Die Weinhandlung, schätze ich mal. Boah, Elfs, Gefs, Alter. Das war nach einer schwerer Geburt jetzt. WU6. 237. 57 Euro. owed was eine schwerer Ebene. Aber es wird geötet.